Ich bin Petrus und wohne mit meiner Frau in Kapernaum am See Genezareth. Ich will euch von einem Mann erzählen, den ich kennengelernt habe. Dieser Mann wurde mein Freund und mit ihm zusammen habe ich viele spannende Sachen erlebt. Dieser Freund hat mein Leben so richtig zu den Ropsi gebracht. Von Beruf bin ich Fischer. Zusammen mit meinem Bruder Andreas habe ich in einem Fischerbetrieb gearbeitet. Mit ihm bin ich jede Nacht auf den See Genezareth rausgefahren. Ein grosser See, der eingebettet ist in felsigen Hügel. Auf dem See haben wir am Ende das Netz ins Wasser gelassen. Diese mussten wir ganz gut am Boot festmachen, damit wir sie ja nicht verlieren. Langsam haben sie sich dann mit Fisch gefüllt. Manchmal mussten wir auch ganz lange warten, aber nach ein paar Stunden konnten wir unsere Netze wieder ins Boot ziehen. Ui, sind die vollen gewesen mit allerlei grossen und kleinen Fischen. Im Sonnenlicht haben sie allen eine Farbe geglitzert. Wir haben sie ein wenig verlesen und sind dann auf den Meer gegangen. Aber einmal, da ist es ganz anders gelaufen. Das gibt es doch einfach nicht. Keinen einzigen Fisch haben wir gefangen, Petrus. Nicht eines Fischchen. Ja, so schlimm ist es wirklich schon lange nicht mehr gewesen.